Ich glaube, das war ein Fehler. Seid ihr lieb? AHHHHH! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Feed the Beast. Ja, wir waren unten, also in der Mine und haben nach TIN gesucht. Ja, jetzt haben wir hier TIN gefunden und wenn ihr die Folge verpasst habt, schaut einfach, in der letzten Folge wird es drin sein. Schaut auf meinen Kanal und ja, ich habe euch ja schon etwas gemunkelt, dass ich meinen Kanal neu aufbauen möchte. Das bedeutet, ich lösche nicht alle Videos so zack, zack, zack. Nein, man muss ja schon etwas haben, worauf man gucken kann, ah, guck mal, wie früher, wie er das gemacht hat und jetzt komplett anders. Also Fortschritte. Ja, wir sind jetzt dabei, erstmal TIN zu schmelzen. Wir wollen ja unsere Kabel machen. Wir haben inzwischen nachts. Und ja, wir müssten dann mal langsam irgendwo anfangen. Unser Häuschen. Ja, sag ich Häuschen. Wir gehen erstmal runter in den Keller, mal gucken. Schön spinnen. Also hier füllt ja unser Keller sozusagen entlang. Mit der Bedbox. Und hier ist ja direkt das Wasser. Leider kriegen wir keinen Strom drauf. Der Grund, wir haben die falschen Kabel. Kabel. Und diese Kabel machen wir jetzt gerade. Aber ich kriege, oder mein Manneken kriegt, unser Steve kriegt Hunger. Hunger, Hunger. Also schlafen können wir nicht. Haben wir denn hier noch etwas drin, wo wir etwas essen können? Wir könnten mal aufräumen so ein bisschen. Das gehört ja dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was wir mit diesem Refinite Iron anfangen wollten. Nikolite. Haben wir jetzt nicht. Aber Schatz haben wir. Saphira haben wir. Uranium haben wir. Pfeile haben wir. Das sind schon ganz viele. Neun Stück. Okay, okay, okay. Ja, wir haben jetzt unser TIN. Wir gucken mal nach unserem Kabel. Wie das genau war. 3 TIN gleich neun Kabel. Ups, falsch. 3 TIN gleich ein neuner Kabel. So, und das müsste dann funktionieren eigentlich. Komm, wir holen die mal. Nein, jetzt holen wir die nicht rein. Ruhe da draußen. Wir haben Nachtruhe. Ich möchte gerne schlafen. Herr Nachbar. Ja, kommen Sie morgen wieder. Die Lied haben wir ja auch ganz viel. Pflastersteine. Die könnten wir später mal. Komm her rein. Komm her rein. Nein. Noch nicht. Ja, nein. Ja, nein. Es fehlt doch schon wieder Tag. Das ist doch sehr gut. Wir können aber immer noch nicht schlafen. Da haben wir einen fetten Bug. Bug. Komm rein. Ja, komm. Du bist irgendwie groß. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Und fressen Fleisch. Ein Bug. Ein Bug, Bug. Wenn wir jetzt rausgehen, werden wir angegriffen. Das weiß ich jetzt schon. Genau. Tin. Haben wir noch Platz für Tin? Nein. Okay. Wir müssen raus. Ich glaube, wir gehen den Keller entlang. Wir müssen ja jetzt unsere Kabel alle anschließen. Für die Watermills. Und ja. Ich hoffe, wir kommen mit neun Stück aus. Ich bin mir da nicht so sicher. Nein, nicht wegspülen. So. So kriegt er den nicht. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Wir müssen unbedingt ne Farm machen. damit wir was zu fressen haben. Zu essen. Jetzt kommt eh die Spinne von oben. Lasst mich in Ruhe. Ui. Ui. Ich glaube, das war ein Fehler. Seid ihr lieb? Und vor Schreck habe ich die Karte offen gemacht. Das war jetzt was. Leute, 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 Leute. Und wir haben nur noch ein halbes Herz. Nein, Spinne. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Entschuldigt, dass es dann anscheinend doch zu laut war. Für die Dings. Ja, aber so zeigt sich Einsatz. Wir könnten mal da kurz etwas... Wir haben ja noch Samen. Zack, zack, zack. Haben wir noch unsere Dringens mit. Und hier können wir unser kleines Fältchen mal erweitern. So. Ich würde sagen, gehen wir kurz... Machen wir uns schnell ein Brot. Aus den drei Dingern. Boah, ich lebe immer so auf den Kanten, ne? Er hat auch nicht viel gebracht. Bleibt ruhig. Ganz ruhig, Leute. So, schauen wir uns mal die Sache etwas näher an. Das muss weg. Ich muss auch aufpassen, ich habe nur noch ein halbes Herz. Nicht, dass wir ersticken oder so. Wäre ich natürlich ganz übel. Luft holen, runter. Kabel einsacken. Hoch. Hoch, 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 hoch. Ups. Ups. Hoch, hoch, Kabel falsch gelegt. Darf nicht sein. Ja, mit dir. Nochmal hoch. So. Und eine Verbindung einmal. Bitte. So. Das jetzt so reicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns mal das Ganze von innen an. Boah, wir sind so am Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir jetzt ein Falschhahn oder das Ähnliche kriegen, ey, dann können wir was knicken. Was sagt die liebe Badbox? Komm. Null. Was machen wir falsch? Wir müssen uns doch einen Wasserturm bauen. Genau. Wir machen das so. Also, ich mache noch mehr Kabel jetzt erst mal. Und dann. Und, äh. Ja, tut mir leid für diesen Sound. Das war denn, da die Maus USB-Stick ist rausgegangen. Also, wir machen das jetzt so. Wir suchen uns jetzt erst mal was zu essen. Da ist so ein Schwein direkt auf der Brücke. Das ist doch gut. Bleib hier. Sehr gut. So, damit wir was zu essen haben. Ähm. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weiter geht. Wir haben ja noch Tin. Dün, 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 dün. Dün, dün. Machen wir uns nochmal drei Kabel. Neun Kabel. Ich hoffe, das klappt, ey. Das muss doch irgendwie funktionieren. So, ein bisschen Aufräum hier. Zack. So. Und da Fleisch. So, da müsste doch jetzt rein. Boah, Spinne, ey. Schreck mich nicht. Dann richten wir unsere Watermütze nochmal neu ein. Ja, mit dem kalten Kabel. Komm schon. Wir wollen ja nicht, dass wir sterben. Nein. Boah. So. Wartermüll. Wartermüll. Verbindung herstellen. Zwischen da und da. Nochmal hoch. Und das Kabel abbauen. So. Und schauen wir mal, ob wir die hier ansetzen. Das muss doch irgendwie funktionieren, oder? Aber das sieht so wirklich aus, ob die keinen Strom generieren. Verbunden sind sie. Verbunden sind sie. Ich brauche noch eine. Eine setzen wir dann hier hin. Und jetzt schauen wir nochmal nach oben. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie lange das geht. Schon die Folge geht, weil ich wieder mal meinen Timer vergesse, abzusetzen. Ich bin wirklich mal überlegen, ob ich es eine ultralange Folge mache. Irgendwann. Oder wirklich mal einen Livestream ansetze. Wir kriegen einfach keinen Strom. Oder wir müssen noch mehr Watermills. Hm. Oder muss die näher? Die Bad Box. Die Bad Box war falsch. Gut. Das heißt, wir haben es geschafft mit unseren Wassermühlen. Und ja, das ist erstmal vorübergehend. Und somit haben wir jetzt erstmal einen kleinen Schritt in die Energietechnik vorangesetzt. Wir können erstmal stolz sein. Ganz ehrlich. Wenn es erstmal der kleine Schritt in der nächste Schritt folgt. So, jetzt haben wir noch fünf davon. Wir können uns überlegen, ob wir eine Wassermühle müssten. Am besten wo ein See ist oder was bauen. Wir schauen mal. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Aufräumen. Das muss sein. Wir machen uns mal ein Schwert. Und dann können wir, glaube ich, mal mit dem Lager anfangen. Was ich ja bei so vielen Folgen schon sage. Okay, die ist nicht mehr hier. Ich habe wirklich Angst. Der hat immer noch Hunger, ey. Der Kamm ist doch unmöglich, sowas. So, wie ich sehe, wird es nacht. Da drüben ist ein Schwein. Da ist auch noch eins. Hm. Ja, ich würde dann sagen, wir machen hier wieder einen Cut. Und sage dann mal, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch. Bleibt weiter am Ball. Ich würde mich freuen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.